So, Hallenschatz, ihr bekommt zu einer neuen Folge Tiwau, somit Braten, guten Tag. Hallo. Und wir schauen wieder drauf. Braten ist jetzt eine Folge vor mir, weil mein Internet gerade nicht ging, aber das ist in Ordnung. Ja, weil wir eh unabhängig Zeug voneinander gemacht haben. Ja. So. So, kann man die... Ja, weil du jetzt eine dritte Folge aufnimmst, kann ich nicht sagen, was ich mache. Oh, Mann. Äh, ja. Okay, gut, passt. Ah, du machst ja Full Iron, ne? Ja, hab ich gerade schon. Äh, dann kannst du jetzt... Könntest du jetzt runtergehen? Ja, eigentlich ist es in 96, aber ich lege dir erstmal fest erst genug. So, kannst du runter. Äh, kannst du noch kurz essen eigentlich? Also, ich kann ja auch was... Achso, hast du noch? Ich sing 20 wieder, hab ich. Hast du noch was zu essen? Äh, essen haben wir auch. Und du hast zu essen? Ja. Das ist gut, dann kannst du runter. Ich hab mir noch jedenfalls 15 gebraten. Das ist... Das langt zu, glaub ich, bis ich ein Pferd gefunden hab. Und dann passt. Ja, gut, dann geh ich hier runter. Also... Ja, jetzt, ähm, ich packe nachher schnell. Kannst du... Äh, warte, ich leg dir kurz ne Schaufel rein. Kannst du kurz Dirt für mich haben? Ja. Einfach kurz abbauen. So 32. Nice. Warte, stopp, ich hab eh zwei Ecke, ich mach mir jetzt aber schon mal zwei Gaps, falls mich hier einer raidet. Ja, ich würd gerne erzählen, was jetzt der Plan ist, aber geht nicht, was SuperCrafts 3. Folge ist. Okay, gut, danke dir. Mhm. Oh, die sind noch kühl. Ja, die ne ich nur mit. Ja, ja, nur mit. Steck ein. Wie lang ist denn das jetzt hier der Gang? No. No. Untertitelung. BR 2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 Ich muss mir nur deine Chords- oder Himmelsrichtung sagen, damit ich weiss, wohin ich rennen muss, so damit ich in etwa so bei dir in der Nähe bin. Jo. Wäre, glaube ich, ein bisschen praktischer. Oh, okay. Was soll ich hier denn sagen, oder? Ja, ist gut. Noch bin ich hier am Arbeiten. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Lippe. äh, kurz, jetzt, bräuchte ich äh, 560, 920 also, welche Himmelsrichtung, wenn nicht beim Spawn aus äh, warte, 65, warte, 65, 920 ja, warte, ich hab die, ich hab die Errichtung, die ich muss Waro BP, ich, tu jetzt schon mal, ich will mich kurz und ich sortier mich kurz ja, die zwei weg noch, dat bräuch ich net das kann rein, brauch ich net kann rein Blöcke brauche ich und tu, das brauche ich auch äh, Holz hast du, oder? hab ich, ja hast du gut ran gefarmt? weil ich hab, ich hab jetzt nur 51 Logs und ich möchte die auch reinlegen, wenn du brauchst ne, ich hab, ich hab 39 Planks, das reicht ne, ich hab noch was rein nimm dat hast du Pfeile vielleicht irgendwie durch Zufall bekommen? äh, einen hab ich ja, gib mal her hab'n Wogen da ist ein Andermann, snack ich mir ja ist ein Botan hab'n Andermann, wie gut nice du weißt, wozu das gut ist, weil du weißt ja was mir welches Schicksal mir bevorsteht ja, wir können ja jetzt nicht halt nicht so drüber reden, weil halt ja äh, ist halt zeitabhängig und Super Scruff, das Folge kommt halt vor der Zeit raus, wo man das sagen könnte ja und ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die das jetzt alles dann so schauen und dann dies, das machen, aber ich will gar das Risiko nicht eingehen weil halt auch Fights verboten sind, wer weiß, wie haben Menschen dafür gehen dann wie weit dafür dann gegangen wird ähm also ich lauf' grad durch den Sumpf, das nicht gut, weil halt hier, hier sind doch bestimmt übel viel lang gelaufen, weil die dachten, oh, Sumpf naja ich will ja am besten oh, noch sechs Minuten ja, ne, eigentlich in sechs Minuten Trippel, wenn man nicht viel passt was? oh, wir sind da was zu sehen bist du ja alt? ja sauber oh, Pferd lieb mich, bitte ich tue schon mal ein Gäppes aus der Art Bar raus, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie Quatsch mache ja, oh, Dias wirklich, das ist gut äh, achso, sieben ja, es sind mindestens zwei Dias lieb mich doch bitte BITTE ah, jetzt äh, mit zwei Dias hast du schon, äh, ich muss dir nicht sagen, dass man auch drüber rum abbauen muss, ne? ja hab ich schon oh, jetzt ist der Unful Iron so vor meiner Nase, oah das ist ja so lustig ja würde ich mir so schmecken lassen so, auch mit Pferd, ne? ich möchte einfach jetzt jemanden mit Pferd töten, das wäre so lustig äh, Korts nochmal äh, 5, 5, äh, ich jetzt 570 und 130 ok komm, wir haben einen Swarm vorbei oder hinten ist die Wüste mhm ey, jetzt zauber weiter, oder? da laufe ich jetzt einfach einmal durch die Wüste durch aber zauber weiter tue ich mir jetzt nicht an da bin ich über langsam mit jup es geht ja darum, Meta zu machen Meta machen, Meta machen, Meta machen Meta kann man sich ja dann immer noch jederzeit ranholen mhm mhm ich hab kurz überlegt, es wäre lustig hätte ich jetzt einmal vergessen Quartz aufzumachen weil der ja ja ich kann es ja nicht sagen, ja, bei der Farm ja so oh, da die spawnen grad Blätter einfach so ein leckerer Full Iron also das Ding ist selbst wenn ich nie wer ist mit Stuff, ne ich kann er einfach weg also, wenn's, wenn's so bei einer, bei einer kleinen Schlucht so ist dass die Blätter die spawnen, dann war das nicht äh, in einer Akazien Wald so, ne du dann äh, in einer Akazien war ich nicht ja, woher jetzt bin ich hier reingefallen das ist halt nicht so ne kleine Mini-Schlucht, aber es ist halt Akazien feierte für einen Full Iron, den ich jetzt einfach um Pferd-Pilippeen kann das ist so witzig ja, ich wenn man Pferd-Kirm an einem Bajo machen, das wäre so extrem lustig, tatsächlich alles liegt, ihr könnt ihr ja auch in der Massenrech, können uns auf die Pferde schwingen und ab geht's, ne? Ah ja, ruhig am Ende, Paul. Ey, da liegt rein, ich brauche beide. Ja. Weil du weißt warum. Ich würde ja keiner Dingsen snipen. Ja, ne. Ich wahrscheinlich schlugen. So, verdankt. Zwei Minuten, ich bin bei 1400, easy. Mhm. Es ist ja komplett weit weg, so. Hat doch keiner Bock hinzurennen, oder? Nicht? Sicher hat doch keinen Bock hinzurennen, das sagst du, ist es. Ich wäre hier. Ich glaube nicht, ne. Nein. Ja, wenn wir auch. Nein, stimmt. Warum eigentlich nicht? Das finde ich nicht fair. Ja. Oh, sugar cane, ganz viel sugar. Nice. Ja, ich glaube nicht. Weil ich halt bezweifle, die töten halt. Und wir können halt einfach so dann halt noch irgendwie anders decken. Oh, Dorf. Oh, nice. Also, ich sag mal so, jetzt ist genug sugar cane haben wir jetzt sowas. Oder halt den Buchprozess, dass wir jetzt irgendwie sagen, oh, wir brauchen, oh ja, hier stehen auch sugar cane, das ist unlooted. Oh, nice. Kein Bucke aus. Ne, oder? Kein Bucke aus, oder? Kein Bucke aus. Oh, ne. Oh, ne. Pyramide. Äh. Ne, oder? Meine Zeit ist gleich vorbei. Ah, komm. Ich bin doch ne Pyramide. Wie jetzt? Ne, warte. Ich muss noch kurz. Äh, zack. Ne, oder? Okay, gut. Passt. Ja, gut. Ja, das war's mit der Pyramide. Dann der Folge. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Ciao.